so komm schon voll ziemlich verarschen ich hatte doch noch eine Sekunde, in der hätte ich es geschafft ach hier seid doch so, Huren Huren ok, jetzt habe ich hier nochmal den Anfang ist natürlich besser für mich weil, jetzt starte ich direkt an der Küste und muss nicht so schwul erstmal schwimmen weil das Schwimmen ging ja auch in die Zeit ein, auf jeden Fall geh ich hier mal so ein bisschen rum das schaffen wir diesmal aber hier ist noch kein Sperrgebiet also was ist hier geschehen warum die Unordnung nur ein Umtrunk, Sir Wilmington hat Geburtstag und ihr wagt es euch im Dienst zu betrinken? das ist kein Problem, Sir wir haben alles im Griff das werden wir schon noch sehen denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln verdoppeln, Sir? aus welchem Grund? ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trüben obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum waren sicher keine Sklavenhändler nicht bei dieser Größe verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt nochmal nach allem verdächtigen Ausschau kann ich den nicht töten? du da oben schlaf nicht ein, Mann du hast eine Aufgabe entschuldigt, Sir ich halte meine Augen offen okay, da oben ist einer das ist natürlich das war gerade voll die Animation aus Waterfall Himmel, Herrgott was zum Teufel ist heute los? was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst wenn du stürzt, besoffen bist und nicht gerade ausgehen kannst? das ist wahr ob sie mich auch verraten die, äh, Arbeiter mal gucken, ne das sind nette Arbeiter zu uns aber die werden auch nicht als Feinde markiert also sind sie ich möchte den Verantwortlichen sprechen ich verlange Zutritt zum Lagerhaus welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? ist denn keiner nüchtern dir? würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? den Schlüssel verdammt drink mir den Schlüssel! ist da irgendwo wieder we're not done here Smith you can gab later heavy or not it's all got to be moved Wisconsin use your knees lad Der hat Entschlüsse. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne den Alarm erstmal ausschalten. Entschlüsse stehlen. Achso. Darf ich den töten? Das steht ja meistens dann überall jetzt hier oder tat es eben. Okay, ich glaube ich darf den töten. Ja, ja, psscht. Ja, guck mal her. Ganz ruhig. Schuss, Sniper. Oh, jetzt habe ich ein paar Leute angelockt. Oh. Oh Gott, der will den Alarm anmachen. Alter. What? Alter Junge, wie die mir Schüsse reindrücken. Einer nach dem anderen. Muss ich jetzt das ganze Level neu machen? Das wäre richtig behindert. Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Ihr seid doch behindert. We're not done here, Smith. We're not done here, Smith. Ist denn keiner nüchtern here? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Was? 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 Not a word. Other than rumours of pirate activity on the route. Did you ever find out who all that powder's for? Not paid to ask questions, are you? Just keep to the brick shithouse routine. Let someone else do the brainy bits. Not paid to ask questions, are you? Just keep to the brick shithouse routine. Let someone else do the brainy bits. So where were you stationed prior to this assignment? Not paid to ask questions. Who are you? Just keep to the brick shithouse routine. Let someone else do the brainy bits. Let someone else do the brainy bits. Help me, damn it! Faster, lads! We're losing ground! We're losing ground! Don't hold him! We're losing ground! I'm not seeing this power! I'm not seeing this power. Stanley didn't do that! I'm gonna die! You're losing ground! Ugh! Buster! He's going away! Buster! Buster! He's going away! So, ich kann hier hochklettern, nein kann ich nicht, nein, so gleich sehen wir uns nicht mehr und dann gehen die wieder zurück in ihre Posten und dann kann ich wieder ganz normal weitermachen, okay, nach vorher will ich wissen, was das mit diesem komischen Stein auf sich hatte, an den ich von hier aus nicht rankomme, alter stehen da viele Wachen, leck mich doch am Zuckerlieb, willst du mich verarschen, der ist doch schon oben, weil dieses Spiel ist manchmal so verbuggt, war, richten sie die Form an den hervorgehobenen Objekten aus, dann ist das ja wahrscheinlich so rum nicht, hä, ach so, sooo sooo perfekt okay graben das ist ein Schatz oder so, irgendwas ist er auf jeden Fall, what the fuck, den Stein hat er gemessert Majastein cool cool shit jetzt ich kann mich irgendwo verstecken hier, oder was guckt ihr auch danach Pfff muss er produzieren ja, natürlich, ach so, der steht da oben drauf, ich dachte, der sieht mich jetzt durchs Haus ja, die Truhe hole ich mir später oder gar nicht okay ich bin grad extrem ruhig, weil ich mich extrem krass konzentriere ne, den hol' ich mir nicht ne den hol' ich mir nicht ne, den hol' ich mir nicht Aber nur der hat mich gesehen, wa? Ja. Das war natürlich praktisch, dass nur der uns gesehen hat. Aber jetzt können wir hier ganz einfach reingehen. Alter. 20 Holz, 35 Metall, 35 Stoff, 20 Rum und 25 Zucker. Okay. Ja. Gut gelaufen, würde ich sagen. Mussten ein paar mal wegrennen. Ähm, ja. Fortsetzen. So. Wir sind irgendwo noch Truhen, wahrscheinlich da oben. Obwohl ich nicht weiß, was ist eine Truhe oder... Ich bin klug. K-L-U-K. Nein. Komm. Nicht pfeifen. Herr Boll. Cat Island. Eine von fünf Truhen. Dann kommt hier jetzt die zweite von fünf. Ja, geil. Das ist ein Waffenständer. Ja. Er hat Ständer gesagt. Habt ihr das gehört? Er hat Ständer gesagt. Da oben können wir uns ja auch mal die Beute, äh, 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 den Scherz hier angucken. Das Seemanns-Lied. Weil, ähm, wenn wir wollen, dann können wir ja einfach abholen. Du siehst mich nicht. Dummer Sniper. Leute, da stehen zwei. Jetzt. Er verdoppelt die Wachen, hat er auch gesagt. Guck doch weg. Das ist nur so ein Scherz hier. Und wenn ich da jetzt hochkletter, dann sieht mich auf jeden Fall irgendjemand. Okay, ich glaube, das wird so nix mit dem da warten. Ich bin unsichtbar. Alter, what the fuck? Wie konnten die mich nicht sehen?